Hallo und herzlich willkommen zu Kreativerse. Ich bin Tanja, eure Ansage Trulalala. Begrüßt eure Gastgeber, die YouTuber Neotrax, Herr Bär und die reizende und herzallerliebste Little Miss Loise. Heute, wie man Tee richtig trinkt. Erstens, mache dir eine große Tasse heißen, leckeren Tee. Zweitens, lass ihn ziehen. Drittens, lass ihn abkühlen. Viertens, vergiss, dass du Tee gemacht hast. Ja, so geht es mir zum Beispiel mit Kaffee. Ja, das stimmt. Zum Glück kann man beides kalt trinken. Ja, aber Kaffee kalt ist richtig ekelig, finde ich. Aber Tee kalt auch. Aber es kommt drauf an, also wenn du Kaffee mit Milch und Zucker trinkst, dann kannst du ihn kalt trinken. Ja, ich trink gerne nur schwarz. Wie deine Seele. Ja, richtig. Schwarz wie meine Seele. Das ist aber ein großes Schneebiom, wahr? Das geht nur weiter. Ja, Spoiler-Alarm. Ja, ne? Längst da nichts Schlimmes und dann immer... Gleich verrätst du die Folge von The Walking Dead, die Folge morgen. Ja. Oh. Ah. Bei mir baut sich die Welt jetzt gerade wieder auf. Ja, soll ich auf dich warten? Ja, warte mal. Okay. Bei mir baut sie sich hinten ab, um Gottes Willen. Echt? Ja. Ich frage, was ist schlimmer? Boah, ey. Schneebiom. Boah, das ist ja krass hier. Cool, ne? Diese Ebene. Alter. Wie geil. Hörst du das? Hörst du das? Was? Hier ist Wasser. Yo, warte mal. Yo, hier ist Wasser drunter. Yo, und hier ist Eis. Boah, wie geil. Geil. Hier ist... Oh, yo, 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 yo. Boah, das ist ja krass. Besonders auf dem Schnee lag nochmal so eine Schneeplatte. Ja. Hm. Mach mal Map auf, da siehst du, das ist nämlich ein eingefrorener, ein Zug, eingefrorener, ein zugefrorener See. Ja. Zugefrorene Meer. Ja. 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 Das geht nicht. Ja. Ich will ja jetzt nicht spoilern, aber das geht noch ein ganz schönes Stück weiter. Ja. Ja. Ist ja gut jetzt. Boah, ist das schlimm, ey. Da kommt Wasser, da kommt Wasser. Da, 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 da. Ne, die hab ich nicht. Wasser. Bin ein Tag am Meer. Ist es dunkel? Wo ist dunkel? Bei mir ist grad schwarz. Wieso? Irgendwie weit hinter uns. Ach Gott, wohe Hilfe. Pixies, what, warum lädt ihr dann jetzt? Ladebildschirm, 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 ladebildschirm. Hach, wieso bist du mit einem Ladebildschirm? Ich stundig. Teleportierst du dich? Nein. Ich lade. Du bist, du bist aber wieder irgendwie zurück. Weiß! Jetzt bin ich weiß! Hä? Hast du dich zurück teleportiert? Nein! Laut MIP ja! Nein! Doch! Ja doch! Du bist nicht mehr hier! Ich hab jetzt weiß! Jetzt te- Hä? Ich kann mich nicht zum Bär teleportieren! Ich hab den Teleporter weggenommen! Achso! Warte, ich bring die hier hin! So, bitte schön! Oh! Cool, dass der so im Schnee einsinkt! Teleportierst du dich? Moment! Teleportieren! Da ist er! Da hat er Bildschirm, da hat er Bildschirm, da hat er Bildschirm, da hat er Bildschirm! Also man kann ihn abbauen, wenn sie sich teleportiert! Ja, ich glaub, wenn sie da ist, ist gut! Dann wurde sie rematerialisiert! Ich bin wieder zusammengesetzt worden! Ja! Ja! Wir können, äh... Flachgebar! Juhu! Also ich seh immer noch weiß! Ich glaub, die Welt wird nicht... Ich seh... Ich hab nen Bug! Ich seh nichts! Na super! Ja, dann starte nochmal neu! Wir können ja schon mal in der Zeit... Little Miss Louise has left the world! Hat links die Welt! Hat links die Welt! Genau! Ist da unten eine Truhe? Tatsächlich, ne? Das ist da unten eine Truhe! Ne! Wo? Da unter Wasser! Under the sea! Seht doch nicht sahlos aus! Wo kannst du sagen? Das wär ja ein bisschen... Under the sea! Das wär echt ein bisschen krass! Oh, you have discovered a new area! Boah, Alter! Hu 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 hu! Heine Sefer, die ist lustig! Heine Sefer, die macht was! Ich kriegte grad wieder diese tolle Meldung und bin voll aus dem Spiel geflogen! Was? Ja! Also das Spiel wurde im Hintergrund gesetzt! Das Fenster wurde dann getappt! Das ist gut! Genau! Hey, Wasser! Ganz viel Wasser hier! Mhm! Das ist Waterworld! Ja! SeaWorld! Seid ihr jetzt weiter geschwommen? Naja, immer Richtung Norden! Boah, hier ist ganz viel Koralle unter Wasser! Ja, hier ist ganz viel unter Wasser! Ich hoffe nur, dass das jetzt nicht bis... Bis Ende der Map geht! Na dann! Da haben wir noch ein bisschen... Bis Ende der Map haben wir noch! Ja, sieht witzig aus! Weißt du, was hier noch fehlt? Boote! Bist du hinter dir? Bist du hinter dir? Bist du hinter dir? Ich bin hinter dir, ja! Ich seh dich auch noch! Da ist Crackwood unter Wasser! Ja! Ein paar Mal sogar! Ich weiß nicht, ob mein Becker ist ein anderes... Oh! Kommt da Land? Da kommt auf jeden Fall Wasser vorzu! Sehr gut! Wenn es sich bewegt! Wenn es sich bewegt, würde ich sagen... Dumm 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 dumm! Ach, schön! Ist das nicht schön, so zu schwimmen? Ja! Und meine Damen und Herren, auf der rechten Seite sehen Sie eine Anhäufung von Sand! Yay! Oh, da kommt noch mehr! Und Krabben! Und... Oh! Krustige Krabben! Krustige! Oh Mann! Ach ja, schön! Ach ja! Schön, ne? Ist doch super! Ja, rechts ist jetzt bei mir freigeschaltet. Es ist wirklich nur dies bisschen Insel. Echt? Ne, ich hab's noch nicht. Ja... Wird wahrscheinlich dann gleich kommen. Bin ja direkt hinter dir. Ja, ich bin ein bisschen nach rechts gewandert. Ah, du hast es gefunden, ja. Oh ja! Es ist wirklich nur dieses bisschen Insel. Oh, du ertrinkst schneller. Echt? Oh jo! Wohl, super heftig ey! Also nix mit Unterwasserbasis bauen. Ja, das ist äh... Das kannst du wohl mal richtig knicken. Oder du musst das halt so irgendwie mit Erd oder was vorbauen und dann nur von innen dann halt das Wasser entfernen und dann dementsprechend alles auskleiden. Mikrofon activated. Das ist äh... Aber das ist heftig. Ja. Das ganze Knicken. Und schon wieder was geht. Ah, da kommt was Größeres auf uns zu. Yay! Ah! Ah! Was hast du denn jetzt? Ach, ein Baum. Ah! Bäume! Oh! Soll ich dir was verraten? Nein, noch nicht. Sicher? Soll ich es jetzt verraten? Nein! Ich möchte es selber sehen. Oh, da kommt ein großes Land auf uns zu. Oh! Baum! Oh! Es ist dann Amerika. Nein, es ist nicht Amerika. Amerika waren wir schon. Richtig. No- Amerika. Achso, no- Amerika. Ganz viele Bäume. Oh, Land. Mit vielen Bäumen. Du weißt du was? Ich glaub das ist ein Wald. Ich glaub auch, du. Wenn es mehr als drei Bäume sind, dann ja. Oh. Oh, ist das schön. Wieder so große Bäume. So exotisch hier. Ja. Vielleicht finden wir ja eingeborene. Oder zwei geborene. Oder zwei geborene. Oder zwei geborene. Oder zwei geborenen sollen, ne? Äh, ja. Ach, tut das gut. Ja, glaub ich. Endlich wieder Land unter den Füßen, ne? Oh, ja. Schön. Huch. Verdammt. Hier wird es jetzt aggressiv. Wieso? Ah. Kennst du diese roten Steine? Oh nein. Echt jetzt? Mhm. Wieso denn? Ich bin immer geradeaus weitergelaufen. Okay. Weil ich warte auf dich. Ja, das wär super. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Seh' dich aber noch nicht. Ah, jetzt seh' ich einen blauen Punkt. Ja, und jetzt seh' ich deinen Namen. Yes. Sehr schön. Hi. Ähm. Muss ich verstecken? Ja. Ich find' das Licht unter Wasser grad voll cool. Okay. Licht unter Wasser? Licht unter Wasser. Leuchtet Licht? Also da ist... Ja, Licht unter Wasser. Also jetzt keine Fakke oder so? Ja, das ist irgendwie... Ja, ich glaub' das ist aber ein Bug. Ja. Oder nur Chess. Oder nur Chess. Nee, nur nur Chess. Was natürlich auch echt cool wär, wenn sie es einführen würden... Weiß ich ja nicht. Ähm. So wie bei Minecraft, dass du hier auch NPC-Dörfer und so findest. Also Ruinen oder sowas. Das wär' natürlich auch geil. Das wär' wirklich geil. Was du so richtig schön erkunden könntest dann. Oh. You have... You have this cover. Ja. Au. Ha. Oh, Glückwunsch. Ja. Ha. 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 Ja. Wobei der ja gar nicht mehr so schlecht ist. Teilweise haben die sehr gute Dokumentation. Oh ja. National Geographic ist auch geil. Man kann zwar nicht alles... Ja, History auch. Oh ja, History ist auch so geile Sachen. Mhm. Vieles kannst du zwar ne Tonne kloppen, aber bei welchem Sender kannst du das nicht? Stimmt. Das stimmt. Ja, also... Was ich auch gucke... Was ich auch gucke... Was denn? Was ich auch gucke... Ist ähm... National Geographic Wild. Ja, der ist auch sehr gute. Geile Dokus. Durchgehend aber, muss ich sagen. Der ist auch gut, das stimmt allerdings. Gibt's vielleicht mal so zwei, drei Dokus, wo du sagst, naja, hättet ihr euch doch mal sparen können. Ja. Aber die sind so selten. Schick hier. Ach, cool. Oder? Ein, 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 ein. Ein, ein, ein. Ein, ein, ein. Pung. Ja. Zwei Greenpeace. Jeeey. Sauber. Ja, sehr bergig hier, ne? Ja. Was mit dem Leafy da drüben sieht auch geil aus. Kommen wir zurück. Jetzt gehts weg. Schade, da scheint so ein bisschen Sonne durch den Baum. Und in diesem Sonnenfleck saß so ein Leafy. Das sah so aus, als wenn sich ein Leafy so im Spot gesetzt wurde. Oh, da kommen Berge. Oh, ein großes Berg. Ein großes hohes Berg. Ja. Ach, schon wieder so ein Furry Pixie, ey. Ach, geh weg. Aua, du hast mich vergiftet, du Drecksfisch. Stirb, du Sau. Geh doch. Ja, doch, das ist nice hier. Ja. Die Little Miss sagt gar nichts mehr. Nö, ich glaube nicht. Ach so. Ich lauf ja nur, ich mach ja nichts. Ach, du bist gar nicht so weit hinter uns. Nö, ich war ja weit weg. Ich hab bestimmt so einen Trank gemacht für mehr Energie. Ja. Nö, das nicht. Aber für das Durchrennen, wenn er mich angreift wird, ignorieren. Und wenn ich auch noch nicht kredet. Ja. Ach. Ach ja, ups. Keine Energie mehr. Ups. Eine Bergkette aber, ne? Irgendwie, ne? Ja, irgendwie heftig, oder? Schön. Ja, endlich mal wieder auf Erkundungstour, wa? Ja, also ich muss sagen, das ist auch echt cool. Könnt' mir gefallen. Ja. Cool wär natürlich, wenn die Welt dementsprechend noch größer wär, ne? Oh ja. Ja. Also du bist ja doch schon recht schnell am anderen Ende. Ja. Aber mein Gott. Kommt noch bestimmt. Eben. Das ist ja noch weiter hinten in der Ruhe schön. Und weiterhin in starke Entwicklung. Wow. Wow. Das ist schon schön. Boah, krass. Schick. Hier könnte man auch was Schönes draus machen. Nicht? Ja, eigentlich schon. Was bist du denn jetzt? Ich bin hier oben. Bisschen höher. Muss dich genießen. Komm mal hier. Und der Diddlemiss auf den Kopf spucken. Boah, das sieht echt nicht geil aus hier. Ja, das sieht wirklich geil aus. Hallo. Schick. Ist echt schön. Und die Sonne geht unter. Mist. Guck mal, da ist ne Höhle. Wo? Wo die Sonne untergeht. Jo. Noch so ne Höhle. Ja. Sollen wir weiter? Ja. Und da hinten ist ne Chesterpins. Echt? Ja. Ich hab da glaube ich eine gesehen. Ich muss den Winkel wiederfinden. Nee. Entweder ist die nicht mehr. Also ich seh keine. Das kann aber auch... Ja, das war bestimmt die Grafik. Weil jetzt der Berg komplett da ist. Hm. Okay. Dann lass uns mal weiter. Kann natürlich auch sein. Oh, ähm. Hier lang. Äh. Oh, ähm. Ja. Au. Au. Oh, doch nicht. Ach. Hier ist Höhle. Ein Keeper. Jaaaaaa. 13 Arx down. Wow. 13? Das hat sich aber gelohnt, ey. Mikrofon muted. Boah, das sieht auch krass aus hier. Diese... Felsschlucht hier. Mikrofon activated. Welche? Ach, die hier. Ja. Das ist krass, ne? Das ist echt krass. Das ist wie leicht gewölbt hier auch noch ist. Ja. Chik, chik. Sehr idyllisch hier, muss ich sagen. Ja. Leicht hügelig, aber trotzdem sehr idyllisch. Oh, George. Ah, ja das wär's, ey. Das wär's, ey. Wenn der bis hierhin gegangen wär, ey. Dann frag ich mich, wie er das übers Meer geschafft hat. Ja. Oh nein, nicht da lang, nicht da lang, nicht da lang. Oh, da ist, da geht's tief nach unten, glaub ich. Ja. Oh ja. Oh Gott. Ja, super. Gesundheit. Gesundheit. Dankeschön. Bitteschön. Boah. Schön. Was? Schön. Jetzt kommt ein Boah. Blum. Hohohohoho. Das, ist echt schön hier. Boah. Schöne Landschaft hier, Boah, ja. Ui, freudig. Hohhohohohoho. Okay, dann nicht. Ich habe den Befehl vergessen, wie man das hat ausschaltet. Mit T schreibt man das auch, ne? Hast du mit Hut geschrieben? Ja, ja, mit T. Natürlich. Jetzt kommen Bäume. Richtig schön hier. Auch wieder so süße kleine Bäume hier. Wow, hier, ähm, ja, ähm. Dass man sich eigentlich, wenn man nur irgendwo runterfällt, tut es dir ja eigentlich nicht weh. Okay, aber trotzdem saß da... Ja, ja. Oh, Höhle, Höhle, Höhle. Ja, gemerkt. Hier, guck mal hier. Oh, oh, oh. Was wollt ihr denn? Da ist Schnee drin. Hey, geh weg. Hey. Ist da Schnee drin? Paaam. Paonom. Räh, paaam. aschchchach torshch. Ähm. Ja? Bei mir schweben hier gerade ein paar Kieb... Oh, bei mir ist hier gerade Schicht mit Welt. Ja, hier ist ein Loch drin. Also ich sehe hier jetzt nichts mehr mit Welt. Oh, hier geht es doch noch weiter. Ja, da sehe ich aber nichts mehr. Ich sehe genug. Alter, wie lange halten die das aus? Ja, keine Ahnung. Hier geht es doch weiter. Ja, das sehe ich jetzt zum Beispiel auch wieder nicht. Hier geht es doch auf Bäume. Ja, die sehe ich jetzt wohl wieder. Ja, es... Er kommt nicht hinterher mit dem Laden. Nee, bei mir auch nicht gerade. Bei mir ist alles da. Nee, bei mir baut sich das erst nach und nach auf. Keine Ahnung warum. Nee, jetzt hat er es auch. Ja, jetzt ist es da, genau. Ach ja, zu schnell. Na, jetzt hat auch die... Jetzt hat auch die Berge im Hintergrund nachgeladen. Weit ist es nicht mehr. Bis Ende. Ja, denke ich auch. Nee, wenn du auf der Map guckst, siehst du das ja. Ui, cool. Da hat die Schlucht links. Nein! Nein! Tot? Nein! Das ist jetzt so ein... Das wäre... Okay. Stimmt auch wieder. Um einen Block. So ein Glück hab nur ich. Ja, das stimmt allerdings. Was ist denn da links? Ausliches. Weißt du noch die Höhle, die wir in der alten Welt entdeckt haben? Wo wir auch am Ende der Welt waren dann? Ah, wo wir so durchgucken konnten, ne? Ja. Ich war doch auch geil. Die war cool. Aber da kamen wir leider nicht mehr ran. Verpiss dich. Er hat mich gehauen. Entschuldigung. Au. Ähm. Ja? So eine Bergsteigerausrüstung wäre auch schön. Ja. Ach du Scheiße. Es geht nie ab, ey. Alles klar? Ja, ja. George. Mann. Nicht George. Wow. Sieht ihr die Grenze vom Schnee? Ja. Jo, aber was für eine Grenze. Krass. Ach die Fick. Hallo? Stirb endlich? Links oder rechts runter des Berges? Mikrofon aktiviert. Ja, gute Frage. Ach guck mal da hinten rechts. Siehst du da wo es leuchtet? Bei den zwischen den Bäumen? Ja. Das hab ich dann auch schon gesehen. Ich glaube das ist das Ende. Jetzt könnte gut sein. Ähm. Ich geh jetzt mal hier runter. Und hier. Wenn ich unten angekommen bin und ich lebe, dann könnt ihr auch kommen. Ja, wir sind schon hinter dir. Lebe! Oh doch nicht. Hopp. Hopp. Ich möchte wissen, was das für ein Leuchten war. Oder ob das nur so war. Das kann natürlich auch nur so sein. Dass die Sonne quasi durchgebackt ist, ne? Ja, richtig. Aber schön mit der Grenze hier, ne? Ja, das ist total schön. Auch allgemein die Übergänge zu den... Das stimmt. Das sind sehr stimmig gemacht worden. Ja. Das stimmt. Also es ist jetzt nicht so, dass er dann... Ah. Abgehackt raus dann. Nee, nee. Hm? Ich hab... Bienenwachs gewachst, wollte ich schon sagen. Bienenwachs gewachst, gelegt. Gelegt. Oh Gott. Was denn? Ach, hey. Was hier ist das? Ein Danty of the Veroes. Hier sind noch mehr. Diesen Viechern. Oh, lass das. Wie viel sind denn hier, ey? Ach, du. Alter. Geht denn hier ab? Wir sind hier nur noch Miros. Na dann mal schnell durch, ne? Ja. Höhle. Oh ja, super. Gucken wir mal mehr von diesen Scheißviechern. So weiter seh ich jetzt grad auch nicht. Boah. Wir schaffen das. Ja, das ist aber lustig, dass es hier einfach nur unendlich viele Miros gibt, ne? Also ich seh nichts mehr, das ist... Dreh dich um. Achso, ist leid, ne. Ne, dreh dich um. Äh, wo läufst du hin? Ich schwebe in einem großen Nichts. Cool. Also hier ist eigentlich ganz viel. Nichts. Nö, ganz viel, was zu sehen. Aber hier sind ganz viele Viecher. Ja, das ja. Ja. Nein. Nein, 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 nein. Mein Schwert ging gerade beim Kampf kaputt. Willst du dich mal zu meinem Teleporter teleportieren, wenn ich einen hier hinsetze? Vielleicht siehst du dann wieder was. Oder siehst du wieder was? Nö. Teleportier dich mal. Ja. Guten Tag. Hallo. Oh, ist leid? Also Reclimb funktioniert definitiv. Ja, das wäre auch schlecht, wenn nicht. Also der Norden ist wirklich, ja, nordpolig. Ja, ne. Sehr nordig halt. Hier ist schon wieder so ein zugefrorener See. Und es lädt wieder nicht. Wieder nicht. Ah, warte. Welches Stück kommt du jetzt? Hallo. Juhu. Juhu. Oh, wir sind gleich durch. Und dann kommt, äh, Wald. Ja, bei mir ist jetzt hier gerade Schicht. Aber wir sind nicht mehr so weit von, äh. Ne, ist nicht mehr weit. Bis zum Ende. Haben wir in den Timer gesetzt? Der Timer hat schon längst gewimmelt, oder? Ja, hat er. Laufen wir noch bis zum Ende hin? Ja, ich sehe gerade nichts mehr. Oh. Ich auch nicht. Ich warte hier auf euch. Irgendwie... Mark-Ready-Verse heute nicht. Ne, nicht so wirklich gerade. Ich seh dich noch nicht mal mehr, Alex. Ich seh euch beiden aber auch nicht. Oh oh. Oh oh. Was? Ich fall gerade irgendwie durch die Welt. Oh. Ja. Du bist tot. Ja, gemerkt. Ja, es lebt. Jetzt seh ich Kiya aber auch nicht mehr. Jetzt sind alle weg. Also ich lebe noch. Das war halt da vorne, aber... Ja, ich seh dich Kiya. Ich hoffe, ich hatte jetzt nicht so viel in dem Inventar. Hm. Ich weiß gar nicht, wo deine ist. Ähm. Ja. Schön. Ich bin... Ich seh wieder mal nix hier. Ach, das ist doch blöd. Microphone muted. Da, ich seh deine Toten... Seine Toten... Seine Totenstar. Ja, Toten... Deine Totenstar. Microphone activated. Aber ich komm nicht hin, weil ich... Ich weiß, wo das... Ach, was? Ja, ich hab auch keine Ahnung. Ich seh's auch nicht. Bärchen? Redeporter wollen wir? Ja, er ist doch schon hier. Ach so. Hm, wir müssen mal laden werden. Ja. Schön. Kiya, gehst du jetzt dahin, wo... Wo seine Totenstarre ist? Hier, über uns. Totenstarre. Über uns? Ich seh gar nichts. Über uns? Ja, auf dem Baum. Äh? Wie geht das denn mit dir? Ich auch tatsächlich. Ja, sollt einer irgendwie Erde oder so mit? Ähm... Kann dir fünf Blöcke Eis anbieten oder Schnee? Hm... Ja, das könnte vielleicht reichen. Hier. Fünf Blöcke Schnee? Warte, ich geb dir meinen Schnee. Ich hab 20. Hier. Danke. Haha, auch nicht schlecht. Ja, ich... Mikrofon muted. Dann bist du wahrscheinlich irgendwo draufgeklettert und dann runtergefallen, ohne dass du es gemerkt hast. Ja, das kann natürlich sein. Ja, schön. Mikrofon activated. Naja, zumindest hab ich jetzt alle Sachen wieder. Wolltest du den Schnee wieder haben? Nö, ne, behalt euch. Ah, ist aber nett. Wobei, ich muss mal eben die Nase putzen. Ja, macht doch. Oh, hier ist... Mikrofon muted. Also zumindest ist die Welt hier jetzt komplett geladen. Ja, wir auch. Ich muss mal ein bisschen abkühlen hier. Ja, und hier ist dann Ende. Hier ist Ende. Mikrofon activated. Ähm... Wo ihr seien? Da. Dung Norton. Ja, da gibt's nicht mehr viel. Wasser. Nee, ist nur noch Wasser. Ja, da ist noch Wasser. Ja, da ist noch Wasser. Ja, oben ist... Ja, so ein... Ein Quadrant oder so ist da noch zu sehen. Ich bin ja neugierig. Mach du mal. Mach du mal. Machen wir auch. 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 Hier ist so ne Kante vom... Meer. Sieht auch cool aus. Mal ein Foto von... Little Miss hat die Fotofunktion für sich entdeckt. Oh ja. Ja, es aussieht, ne? Ja. Auf der Karte. Du hast ein Paddel erledigt. Ja. Super. Pebble? Heißt nicht Pebbles? Das Baby von Wilma und... Barney... Barney Geröllheimer. Ah, von Barney? Nee, gar nicht wahr. Pebbles war von... Nee, richtig. Von Wilma und Fred. Genau. Und Bam Bam war ja von Barney und hier der... Ähm, wie heißt sie? Barney und Frau. Ja, wie heißt sie denn nochmal? Barney und Frau. Ja, warte mal. Betty, genau. Und Bam Bam war ja adoptiert. Und Bam Bam war adoptiert, genau. Barney und Betty Geröllheimer. Bam Bam! Oh Gott, ob das wirklich da noch ein Stück Karte ist? Das ist noch ein Stück Karte. Ja, ob das... Denk aber mal, dass da nicht mehr wirklich viel kommt, sondern einfach nur noch Ende dann wird. Dann hast du halt diesen Nebel schon wahrscheinlich am Anfang. Ja. Ich sammle ein paar Muscheln. Ja, das ist gut. Oh, da sind immer Koralle. Oh, yo. Das ist aber ordentlich Koralle. Koralle. Da kommt... Du bist weg. Wow. Gehen wir los. Das sieht so aus, als ob da wirklich noch ein Land kommen würde. Jo. Ich würde so lachen, wenn das dann gleich ein Hauschen steht. Ja. Aus... Ganz hier von mir, von diesem Weihnachtsgebäck, Digga. Das wär's, ey. Das wär echt... Ja, guck mal da rechts. Da kommt echt noch Land auf uns zu. Ja. Das sieht so aus, als wenn da echt noch Land ist, ne? Ja, da... Guck mal auf ne Karte. Ja, ja. Dieser weiße... Dieser weiße Punkt da. Ja. Das ist voll groß. Mikrofon muted. Mikrofon muted. Das sind nur noch Viecher. Mikrofon activated. Ich würd sagen, das ist der Nordpol. Könnte gut sein. Haha, nicht wahr. Hier ist der Eisschallung, wie geil! Jo. Wie geil ist das denn? Wir sind immer noch nicht am Ende der Map. Ne, stimmt. Aber ich glaube, es gibt auch nicht mehr viel. Da kommt nicht mehr viel. Aber ist schon cool hier. Ja. Geil. You have discovered. Ja, schön. Ja, und dann... Da kommt gleich Ende. Rechts ist noch Sand. Von uns. Also wenn wir nach Osten... Ja. Hast du dich nicht ernsthaft auf den Touchstone gesetzt, oder? Ja, ich dachte, Kia will auch hier hin. Achso. Ja. Was machen wir ein bisschen? Das ist ja geil, ey. Wir haben so eine Eisscholle hier. Schon cool. Ja. Oh, schönen guten Tag. Was machen sie denn hier? Wie sind denn sie denn hier hingekommen, ey? Ja. 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 Ja, irgendwie schon, ne? Ja. Wie so ne Taube. Ja. 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 Ja, sicher. Ja, sicher. Eben. Und dann können wir auch langsam mal Feierabend machen für heute. Ja. 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 Ich glaub, die werden auch erst wachsen, wenn wir komplett rauskriegen müssen. So. Tanja ist auch da. Sehr gut. Wo ist Tanja? Sagt der Text. Das war die heutige Folge von Kreativhase. Abonnieren und liken nicht vergessen. Über Kommentare würden sich die drei sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Eure Tanja. Die Ansage trulalala. Ja, genau. Tanja hat es gesagt. Genau. Mikrofon aktiviert. Ach ja. Ja. Und in dem Sinne würde ich sagen... Ja. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi.